1956 entwickelte ein Psychologe namens Albert Biedermann ein Diagramm, das als Biedermanns Diagramm des Zwangs bezeichnet wird. Herzlich willkommen hier im Blickwinkel, meine lieben Zuschauer. Ich möchte euch heute sieben Maßnahmen vorstellen, den menschlichen Willen zu brechen, um den Menschen auf Gehorsam zu programmieren und das Ganze nach dem Diagramm von Albert Biedermann. Es geht hierbei um die vorsätzliche psychologische Folter und Unterwerfung der Bürger durch die Herrschenden. Es geht quasi um die Techniken der Nötigung des Zwangs und der Wahrnehmungsprogrammierung, um das Denken und den Willen der Menschen zu zerstören. Unter dem Begriff Mind Control wird dies seit vielen Jahren an Einzelpersonen und an Gruppen praktiziert. Punkt 1, die Isolation. Isolation bedeutet, einem Menschen jede soziale Unterstützung durch Mitmenschen zu entziehen, um so die Fähigkeit, Widerstand zu leisten, zu durchbrechen. Dazu unterbindet man den direkten Kontakt zu anderen Menschen. In Isolation lebt man allein oder mit sehr wenigen anderen Menschen, ohne Kontakt zur Außenwelt. Die strengste Form ist hier die Einzelhaft. Isolation zwingt zu einer intensiven Auseinandersetzung mit sich selbst. Wie man aus der Psychologie weiß, führt ständiges Grübeln allerdings dazu, dass man sich selbst Schuld zuweist. Und das fördert dann natürlich die Unterwerfung und den Gehorsam. Isolation ist im Grunde eine Grundlage dafür, dich zu brechen. Punkt 2, Monopolisierung der Wahrnehmung. Unser Verstand reagiert auf Wiederholungen. Das hatte ich euch damals schon in der Narzissmusaufklärung gesagt. Da nannte ich das die Broken Record Methode. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das heißt, eine Lüge muss oft genug wiederholt werden, bis sie der menschliche Verstand als wahr akzeptiert. Medien haben hier eine gewaltige Macht. Wer die Medien kontrolliert, bestimmt, welche Informationen den Menschen zur Verfügung gestellt werden. Solange sie unabhängig und neutral sind und Meinungsfreiheit herrscht, ist das völlig in Ordnung. Aber problematisch wird es, wenn nur noch eine Meinung, nämlich die des Mainstreams, akzeptiert wird und jede andere Meinung diffamiert wird. Oder auch, dass der Zugang zu anderen Meinungen blockiert wird. Punkt 3, induzierte Erschöpfung und Entkräftung. Erschöpfung schwächt die geistige und körperliche Widerstandsfähigkeit. In dem Ängste geschürt und Umstände geschaffen werden von ständiger Unsicherheit, z.B. durch drohenden Verlust des Arbeitsplatzes und Hoffnungslosigkeit im Sinne der Zerstörung jeder Vorstellung darauf, dass das Leben jemals wieder Spaß machen könnte, wird einem das Gefühl von Sicherheit und Stabilität genommen. Und so geraten die Menschen zunächst in einen emotionalen Zustand von Dauerstress und das wirkt sich am Ende auf den Körper aus. Und wenn dann auch gleichzeitig all das verboten wird, was Spaß macht und entspannt, es sozusagen zu Einschränkungen kommt für den Besuch von Bars, Restaurants, Konzertentheater usw., fördert das die körperliche und emotionale Erschöpfung und die Entkräftung. Der menschliche Geist ist anpassungsfähig. Selbst an die widrigsten Umstände kann sich der Mensch gewöhnen, wenn sie lang genug bestehen. Aber durch das ständige Ändern von Regeln wird diese Anpassungsfähigkeit blockiert und ein Zustand von Verwirrung aufrechterhalten, was sich ebenfalls erschöpfend und entkräftend auswirkt. Punkt 4. Androhen von negativen Folgen, Strafen und Gewalt bei Nicht-Einhaltung von Regeln. Bedrohungen jeglicher Art schaffen erst mal Angst und Verzweiflung. Der einzelne Mensch hat keine Entscheidungsmacht mehr, sondern wird dominiert von jemand anderem oder einer Gruppe von Menschen. Es werden Regeln von außen bestimmt, am besten so sinnlos wie möglich und bei Nicht-Einhaltung mit negativen Konsequenzen gedroht. Punkt 5. Gelegentliche Zugeständnisse. Also Beispiel, wenn wir uns jetzt alle brav zusammen an die vorgegebenen Maßnahmen halten, dann besteht die Hoffnung, dass wir wieder mehr soziale Kontakte zulassen könnten. Oder wenn die Ompfung erst mal da ist und genügend Menschen sich haben damit behandeln lassen, kommen wir zurück zur Normalität. Punkt 6. Demütigung und Erniedrigung. Indem harte Strafen auf unsinnige Maßnahmen angedroht werden und diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, diffamiert, beleidigt oder mit Strafen belegt werden, verliert der Mensch immer mehr den Mut zum Widerstand. Letztlich bleibt nichts anderes mehr übrig, als folgsam zu sein, sich zu unterwerfen und gehorsam zu üben. Jeder Widerstand wird gebrochen. Die Missachtung der Privatsphäre unterstützt die Demütigung und Erniedrigung. Punkt 7. Das Opfer vom Täter abhängig machen. Um die Gehorsamkeit und Unterwerfung der Opfer zu schüren, muss man sie abhängig von sich machen. Je abhängiger das Opfer, je höriger wird es dem Täter. Je mehr die Wirtschaft und die materiellen Lebensgrundlagen zerstört werden, desto mehr werden die Bürger abhängig von den Zuwendungen des Staates. Es ist klar, dass das Ziel solcher Maßnahmen ist, die Menschen gefügig zu machen. Und wenn sie gefügig sind, verlieren sie buchstäblich den eigenen Verstand. Sie haben keine eigene Wahrnehmung mehr und keine eigene Meinung. Die systematische Zerstörung der menschlichen Psyche, sagt Biedermann, ist ein wesentliches Ziel der Herrschaftsklicken. Sie wollen die Menschen brechen durch Mind-Kontroll, also Gedankenkontrolle. Das bedeutet, dass dein Denken durch Gehirnwäsche zerstört wird. Sie zerrücken das Rechtsempfinden und jegliche Lebensfreude terrorisieren und drangsalieren die Menschen. Die Widersprüchlichkeit ihrer Forderungen und Vorgaben wirkt grotesk. Aber dahinter steckt der eigentliche Plan. Es entsteht eine neue Wirklichkeit, eine neue, perverse Realität. Es wird von Solidarität schwadroniert, während der Zusammenhalt der Gesellschaft zersetzt wird. Der Club bedient sich der Erkenntnisse des Mind-Kontrolls, nicht mehr und nicht weniger. Der systematische Krieg gegen deine Psyche und gegen die Psyche der Menschheit an sich, auf der ganzen Welt, all diese widersprüchlichen und lächerlichen Regeln, Vorschriften, Auflagen und so weiter, zersetzen dich im Kern. Du kommst weg vom eigenen Denken und lässt dich sozusagen fremdsteuern, weil du denken lässt. Viele Menschen schreiben mir immer wieder, sind die alle so inkompetent? Das sind doch ganz, ganz dumme Leute, die hier dran sind, vor allem gerade in Deutschland, in der Regierung. Ich sage aber, du musst das immer unterscheiden, für wen arbeitet derjenige Mensch, den du jetzt zum Beispiel als dumm ansiehst. Dahinter steckt ein psychologischer Plan. Und diesen Plan haben natürlich diese Leute, die hier dran sitzen, nicht gemacht. Das ist ganz klar. Aber sie führen ihn eben gut aus. Und da ist es gar nicht so verkehrt, wenn die Bürger denken, oh Gott, sind die blöd und die hatten Sprachfehler und so weiter. Man traut ihnen dann nichts zu. Ja, wenn man von einem Menschen denkt, oh Gott, ist der dumm, traust du ihm nichts zu. Und das kann verheerende Folgen für dich haben. Nämlich, wenn da ein Plan hinter steckt, dann sind ja Leute bewusst daran gesetzt, die uns das zeigen, was wir eben sehen. Wir sollten uns davon absolut nicht blenden lassen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020